Servus Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Part haben wir die erste Challenge gemacht und ich würde mir sagen, wir machen gleich die nächste High Bro. Mal schauen, was die so für uns bereitstellt. Okay, wir haben einige Poop Items. Hey. Tears Up haben wir ziemlich. Wir haben Number One Pests, glaube ich. Wir haben ein paar Stinggebomben, also wir sind ein richtig ekliger Isaac. Richtig fein herausgeputzt. Und eine Bombe für einen Tidded Rock. Nice, danke. Im Vergleich zur letzten Challenge sehen wir wenigstens mal unser Herzen. Und es strahlt. Habt ihr gerade den Sonnenschein gesehen? Vom Keller? Nein? Ein Schlüssel. Mal schauen, ob man das jetzt nochmal sieht. Da. Es strahlt die Sonne. Ach, wunderschön. Es wird hell, Leute. Es wird hell. So, dann legen wir mal hier eine Bombe. Und sch... Boah. Das war ja wunderbar. Aber hier gibt es, glaube ich, keine Itemräume. Ich kann da mal kurz schauen, indem ich hier mal die komplette Ebene clear. Aber ich bin der Meinung, hier gibt es keine Itemräume. Nein. Das heißt, wir müssen mit unserem Damage auskommen. Klar, wenn wir die Poste besiegen, da bekommen wir noch was. Aber, naja. Aber wir sind momentan gut dabei. Außerdem haben wir noch ein, ähm... Spacebar Item, The Flash. Das flutet, äh, einen Raum. Und verwandelt Gegner in Pupis. Glaube zumindest ist es so. Das testet wir dann. Beim Boss natürlich funktioniert das nicht. Äh, ja. Nicht unbedingt viel Platz, um da jetzt auszuweichen. Ja, mach halt alles voller deiner... Kackfütze, doch. Ja, 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 ja. Was soll ich da jetzt noch machen? Äh. Vor allen Dingen mit Number One muss ich halt extra nah dran, weil die Range, die ist halt miserabel. Was bei dem Gegner nicht unbedingt toll ist. Au. Äh, 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 äh. Stellt irgendwie das durch. Ah. Ich glaub, das... Okay, oder so. Nice! Ich kann fliegen. Leck mich! Ich fliege! War da nicht irgendwo eine Tour, wo ich nicht hingekommen bin? Äh, ich schau nochmal kurz. Ja, das ist natürlich ein wunderschönes Item, gleich zu Beginn. Aber... Eine Münze... Ne. Da war ja auch nichts, ne? Ich nehm das Schaukelpferd mit. Das fliegende Pferdchen. Aber sowas von. Scheiße überfluten hier. Fliegen ist das Shit. Mäh. Unser Ziel ist auch wieder die Mom. So wie bei der letzten Challenge. Und daher soll es nicht allzu schwer werden. In der Batterie. Mit dem Pferd können wir auch dashen, oder? Genau. Wenn ich Gegner berühre, verwandeln sie sich auch in Pubis. Ja. Der ist so richtig ekliger. Gut rausgeputzter. Jünger. Gut aussehender. Mann. Was wünschte ich mir denn jetzt? Für Items? Also Itemräume ist ja sowieso schlecht. Aber von den Bossen. Ich hätte gerne. Ein bisschen Range ab. Weil mit einem Range von nur mal 8. Äh. Nichts gut. Und ein Dark Bomb hätte ich gerne. Wenn das möglich ist. Ich überlege auch gerade, ne? Haben wir vom Boss überhaupt ein Item bekommen? Vollbombe. Da warten wir noch ein wenig mit dem Dashen. Stirb! Hat ein bisschen Schaden gemacht. Hüpf halt in die Bombe rein! Ab, stepp, 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 stepp. Da. Doch, mit Blickform Items. Gut. Tears und Schatzspeed. Und ein Devil Deal mit 3 Drohnen. Äh. Mit Items sogar. Wir haben The Cursed Eye. Nehmen wir einfach mal mit. Und wir haben 9 Leben. Und zwar ist es jetzt so. Dass wir unsere Tränen aufladen können. Und können dann 4 Stück dann hinan. Oder wenn ich ein wenig schneller loslasse. Dann so 2. Das Problem ist jetzt bei Cursed Eye. Ihr seht jetzt das Auge, wo leuchtet. Und wenn ich währenddessen getroffen werde, während ich auflade, dann werde ich von einem Raum weg teleportiert. Kann nervig sein. Aber das, das kriege ich mal irgendwie hin. So. Gut. Bei solchen Räumen ist es nervig, wenn du dann schon alle Maden bis auf einer gekillt hast. Und du zufällig getroffen wirst, während du auflädst. Dann wirst du wieder raus teleportiert. Und du eventuell den Raum nochmal machen müsstest, wenn du, äh, ja, durchgehen möchtest. In dem Fall ist es jetzt nicht allzu schlimm, wenn ich jetzt getroffen wäre, weil... Naja. Ist sowieso Sackgasse hier. Haben wir jetzt... Aber ich will halt keine Herzen verlieren, von daher. Und einen Schlüssel haben wir dafür gekriegt. Was uns jetzt auch nicht viel bringt. Fünf Bomben. Wir können ja mal eine investieren für einen Geheimraum. Jawoll. Noch mehr Schlüssel. Danke. Denk ich. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ist gerade jetzt überhaupt nicht gut hier. Okay. Äh. Ja. Lasst mich in Ruhe. Nicht treffen lassen. Ich will nicht nochmal die Scheiße machen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum habe ich zum Fick dieses Item aufgesaut. Weil es ist jetzt auch nicht unbedingt gut, was wir da drehen verschießen. Wir müssen ja jedes Item irgendwie einmal aufheben. Und ich habe mir gedacht, ja. Ich denke mal, ich bin in der Lage, den Run auch mit Cursed Eye zu schaffen. Von daher. Das ist halt in den späteren Verlauf, wenn wir es einmal sehen, sagen können, danke, aber nein, danke. Und daher machen wir halt einmal so ein Cursed Eye. Bis jetzt haben wir ja noch keine Probleme. Und da haben wir nur zur Mom müssen. Ich denke, ich denke, ich denke, das wird nichts Schwieriges werden. Wir sind doch eine Familie. Ich habe mich extra schon fein rausgeputzt. Aber wir haben einen Shop. Okay. Noch ein Spacebar-Item. Na gut, wir haben sowieso nicht das Geld dazu. Und ich weiß auch nicht, ob ich das mitnehmen möchte. Ich will lieber fliegen. Fliegen ist das Shit. Schön daneben. Äh, nicht treffen lassen. So, wo ist denn der Boss? Gut, bei den Bossen wird es dann eklig, wenn ich einmal getroffen wäre. Während ich auflade, vor allem bei so einem, kann das schon mal gut sein. Aber zum Glück habe ich noch losgelassen. Da muss man auch mal einen richtigen Augenblick loslässt. Oder am besten überhaupt betrefft das. Das könnte ein bisschen dauern. Ich bin der Isaac, und du? Du bist ein nerviges Etwas. Oh, was würde ich alles für einen Magic Mushroom geben? Ah, das Blöde ist, wenn ich jetzt zum Schluss irgendwie getroffen werde und ich habe aufgeladen. Ah, dann drehe ich mir in den Arsch, weil ich den Scheiß dann nochmal machen müsste. Kein Prinz-Storm. Kein Prinz-Storm. Aber wir haben gleich, wir haben gleich. So, noch einmal. Jawohl, ja. Evil plus Range plus... Na gut, die Range hat sich erhöht. Um einiges. Das ist schon mal nice. Ja, gut. Ansonsten gehen wir weiter, würde ich sagen. Gehen wir in die nächste Ebene. Further Darkness. Da ist es ja wieder, unser Darkness. Äh, Magnetic Tears. Äh, nein. Ne, ich habe schon genug Probleme. Ein Unglücks-Item, woran reicht. Oder sagen wir mal so, nicht Unglücks-Item, sondern ein Item, was schwierig zu handeln ist. Äh. Erstmal die da. Erstmal die da. Weil die Spawn immer und immer... Warte mal, ich kann ja auch Death machen. Bam. Das war nice. Und zwei Bomben. Komm, Magic Mushroom. Nein. Viele Pupis. Und eine Karte. Ja, gut. Bringt jetzt nicht viel. Und noch mal Schlüssel. Ob Magic Mushroom, bitte. Ach ja, mit den Bomben kann ich auch ein bisschen angreifen. Also, es ist gar nicht mal allzu Verschwendung. Das könnte eine Teleport-Pille sein. Von daher mache ich die erst, wenn ich hier den Raum gecleared habe. Ach, komm. Magic Mushroom. Bitte. Noch eine Pille. Tears down. Okay. 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 Gehen wir weiter. Wisst ihr was? Da dash ich. Ja. Hat sich... Das war gut. Das war ein guter Einsatz. Äh. Nein. Kein Arcadram brauche ich jetzt. Ah, ja. Cursed Eye. Ich liebe es. Ich würde gerne euch mal zeigen, wie das mit dem Teleportieren ist. Aber ich habe halt auch nicht viel Leben. Von daher. Lassen wir das ja mal. Bis es einfach mal zufällig passiert. Oder ich mal genug Leben habe. Dann könnte ich es euch ja mal zeigen. Aber modern mit zwei Herzen. Gut. Ich habe zwar neun Leben. Könnte ich es machen. Aber... Äh. Vielleicht wenn ich nur noch ein rotes Herz habe. Dann ist es nämlich eh wurscht. Na komm. Ich habe nicht ewig Zeit. Da jetzt noch die Fliege. Gertie. Naja. Na Gertie. Der gute alte Gertie. Wenigstens gegen das sich nicht so bewegt. Und der spawnt hat keine Gene. Von daher. Müssen wir nur aufpassen. Dass wir im richtigen Augenblick immer ausweichen. Da Gertie. Kriegst du noch ne Bombe. Das Beste war wegen die Umwelt. Ach. Jetzt spawnt er mal was. Ach. Jetzt fängt er an zu spawnen. Dieser tankige Bastard. Na. Leg mal noch ne Bombe. Leg mal noch ne Bombe. Haben wir es ja bald geschafft. Kann sich nur noch im Jahrtausend. Von Jahren handeln. Aber ansonsten. Und lass dich jetzt nicht erwischen von dem. Nicht. Jetzt. Lass dich auch nicht von der Fliege erwischen. Ne. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jawohl. Noch. Range und Tears up. Nice. Und ein Devil Deal habe ich gehört. Da ist er. Ähm. Ja gut. Jetzt darf ich nicht getroffen werden. Ich nehme erst mal das mit. Und das da. Zwar sterbe ich jetzt. Nicht. Okay. Au. Ha. Spüre den Zorn des Pugis. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Damage. Und haben immer die Möglichkeit auch ein Devil Deal. Das ist doch schon mal ein kleiner Lichtblick. Und weiter geht's. So. Vorletzte Ebene meine Damen und Herren. So. Laden wir es mal. Die Tränen auf. Hier ist nichts. Äh. Bitte nicht. Warte mal. Wenn ich hier nicht Bombe lege. Ich hoffe hier ist jetzt kein Knopf mehr versteckt. Ein Gegner mehr wo man auf die Nerven geht. Aber wenigstens das Portal weg. Ich bleibe jetzt mal da. Ich lade es mal. Äh. Ich habe schon gedacht. Äh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hi. Komm. Komm. Jawohl. Mach der München auf. Ah. Zum Glück. Wir haben keine Bomben mehr. Aber wenig. Däschchen. Ne. 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 So. Und die letzte Made. Äh. Batterien nehmen wir mit. Hm. Wir können auch mal da reinschauen. Äh. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mein hart verdientes Geld und kaufe mir eine Bombe. Die sind gar nicht mal so scheiße in unserer aktuellen Situation. Die verschwende ich jetzt aber mal nicht. Die hebe ich mal für irgendwelche Notfälle auf. So wie dich nicht. Naja. Du bist. Du bist in Ordnung. Hm. Hm. Jawohl. Und noch eine Münze. Ja gut. Wir suchen einfach den Boss. Oh. Noch eine Münze. Danke. Hm. 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 Ich habe so das Gefühl, das Aufladen dauert jetzt ewig. Oder ich darf mich nicht bewegen, während ich schieße. Nein. Weil es sieht immer so aus, wenn ich mich bewege, dass ich nur eine Träne schieße. Aber der Schein kann sich auch drücken. So. Ihr solltet keine Gefahr für mich darstellen. Herz brauche ich nicht. Momentan bin ich. Wunschlos glücklich. Ohne Herzen. Ohne Rote Herzen meine ich. Äh. Groß Gott. Machen sie mal auf. Dankeschön. Äh. Äh. Bisschen Stuff. Äh. Was wünsche ich denn mir? Irgendein geiles Item. Und es kommt Bobby Brain raus. Ich sehe schon Bobby's Brain. Äh. Na. Inferme. Ein bisschen Schutz. Hm. Und hier ist auch wieder Sackgasse. Ich habe drei. Na komm. Brauche ich jetzt nicht. Oder? Brauche ich Bomben? Irgendwie gut platzieren. Hm. Hm. Oh. Jetzt haben wir natürlich wieder so einen scheiß Pilzfragschalten. Äh. Ganz ruhig mein Kleiner. Äh. Noch ein Schlüssel. Ich habe genug Schlüssel. Dankeschön. Ah. Wir sind aber hier komplett falsch. Das ist. Äh. Äh. Die machen wir am besten. Hier kaputt. Dann spawnst du wenigstens keine Kackviecher noch. Ich brauche jetzt keine Spinnen hier. Jawohl. Schön über den Grund des Verderbens zerstören. Damit die nicht noch sich mehr aufteilen. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Gott. Äh. Na gut. Das ist auch keine Herausforderung. Ich muss den nur schnell genug töten, bevor er wieder kommt. Und hier haben wir einen geheimen Stein mit zwei blauen Herzen. Dankeschön. Und hier haben wir noch eine Batterie. Und hier haben wir noch eine Batterie. Auf. So. So. So, Mom. Erzählst nur noch du. Und ich bin schon wieder falsch. Ähh. richtig nervig wo ist der Boss das fragen wir uns alle und und du so da man und wen haben wir hier spinnen da würde ich ja jetzt gerne rein daschen aber ich glaube das schaffen wir auch so hebe das daschen eher für den Boss auf das war knapp hello 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 wieder so ein Tanki und ein richtig ekliger klar ich kann mich zwar jetzt ah er kriegt Schaden von den Zackis aber wenn er hüpft nix machen ah es geht ja auch nicht über den Grund das heißt ich kann mich eigentlich hier die ganze Zeit verstecken und die Range ist jetzt momentan auch wieder richtig nice du deinen kleinen Mann da weg jetzt killt er seine eigenen Leute nice ich bleib da ich mach nix warte mal wir machen hier lieber unseren Sicherheitsabstand das ist sicherer darum heißt er aus Sicherheitsabstand nix machen ich bin froh dass hier Abgründe und Zackis sind aber wenigstens ein bissle Mairu schön reingesapft Trottel Schatzpeed und ne Karte wir bekommen Hermit 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 in den Shop können wir uns teleportieren ja so wir haben ein weiteres Gappi Item nehmen wir mit vielleicht wäre es tatsächlich noch Gappi und dieses Item bringt uns Fliegen bei ich bleibe bei meinem Schaukelfeld von daher kann ich schon fliegen gehen wir weiter ist sowieso jetzt die letzte Ebene dann teleportiere ich mich auch gleich mal in den Shop rein wir können dann mal da reinschauen wir können es jetzt mal öffnen Ah ich hab den Pup den hab ich gar nicht gesehen das heißt wenn ich Pupis aufmache ist die Chance erhöht dass ich da Items bekomme oder Herzen und sowas Schlüssel und auch blaue Herzen mhm hätte mir das mal jemand vorher gesagt es gab einige Räume mit Pupis wie machen wir das jetzt am besten mach deinen Mund auf bitte und ich hab nicht erwischt wir machen erstmal die Spinnen würde ich sagen ach komm das nervt mich jetzt nicht ey da musst du echt aufpassen dass du nur getroffen wirst während du nicht auflädst so du bist der letzte komm jetzt teil dass ich nochmal auf ist das euer scheiß ernst wenn ich jetzt getroffen werde nein ich will den ich will das nicht nochmal machen so du bist der letzte ach gehen wir da mal weiter gut und und ein schlüssel dankeschön mit ich bin schön in die zackis rein jawoll und zwei pumpen dankeschön oh mein kleiner oh du musst aber auch sterben tut mir leid ne 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 damit ne 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 mom hi hier sollte man auch ein wenig aufpassen ja habt ihr das gesehen ich war aufgeladen hm wurde teleportiert das könnte jetzt ein bisschen nervig werden nur ein bisschen ok aufladen ja mom da da müssen wir halt den Überblick für halten was hier gar nicht mal so leicht ist ich bin grad ein bisschen lässchen wir mal da rum da muss ich gleich auch was weil die gegner die auf mich zu laufen oder auf mich rumstampfen da muss man eine höhere priorität setzen ich kümmere mich mehr um die gegner ich komm gar nicht dazu die mutter anzugreifen ah das ist schön äh stirbt so der da hinten da gerade ruhig rum ah ja das ist mir wurscht äh äh nicht retten lassen ja mom alles alles fresh bombe gefällig jaja mom wir wissen es doch ich hab dich auch lieb hey wir haben schon bald die helft wuhu mom mach deine äutchen auf oh ich wurde von infamil geschützt das war knapp ich hab zwar noch losgelassen aber ich weiß nicht ob es rechtzeitig gewesen wäre die helft haben wir party aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen freier Platz zum kämpfen ja immer schön schauen ja mom gehen wir nicht auf die nerven ich hab hier grad andere probleme äh äh stirb ah das ist das wird wahrscheinlich der längste magenkampf aller Zeiten äh 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 wenn wir ja noch getroffen werden dann werden wir den ganzen scheiß nochmal machen äh ja du mich auch du mich auch ich bin tot ja ich bin tot 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 da kriegst du noch ein paar drehen ab haben wir es aber gleich geschafft so jetzt müssen wir den noch besiehen jetzt kriegen wir nochmal ein schönes Damage ob na klar ne wir gehen wir gehen einfach ich will nicht wissen was in den Devil Deal noch ist die Rune von Jera haben wir freigeschalten wunderbar und das meine lieben Freunde was auch für diesen Part ich hoffe es hat euch gefallen trotz langwierigem Kampf wir sehen uns das nächste Mal bei the one if Isaac and that worth plus servus